Inferno Früher waren Züge etwas ganz Normales, aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. In Ordnung, wir haben die Station bereit. Sie ist Teil der geheimen Metro 2 Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir der Zeit noch Leute dafür übrig? Ich versuche dem System etwas Saft zu geben, damit die Lichter rangehen. Benutzt in der Zwischenzeit eure Saftentlappe. Dann los! 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 Ich bin... Tom, das hast du gut gemacht. Alles klar, los geht's. In Ordnung, die Karte zeigt, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Bewegung, ich komme nach. Geh nach rechts, links ist eine Sackgasse. Irgendwas hat sie aufgeschreckt. Pass auf! Scheiße, das Ding ist schnell. Ich glaube nicht, dass uns hier etwas Ernstzunehmendes begegnet. Krasse, wie leichter. Nur noch ein bisschen weiter gehen, dann werden wir sehen, ob du eigentlich kein Mädchen oder ein Mann bist. Oberfläche, lebst deine Maske auf. Hör auf, meinen Arsch an zu klopfen, des würde ich ihn weiter ferne, Kaninchen. Hilf mir hier mal. Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Du sollst ja immun sein gegen deren... Ein Schuss? Aber ich bin nur ein normaler Mensch. Also kann ich da nicht dran. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, dass die Schwassen, die ja sofort hier angetan sind, wird sie deinen Geruch liefern oder was auch immer die tun. Und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur, ihn freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Wir halten Funkkontakt. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Ich bin in Stellung. Da wo das Nest war, brennt immer noch was. Eine tolle Wüste hier. Ich sehe eine Bewegung. Mach dich bereit. Recht von dir. Ich arbeite dran. Das sind keine Schwarzen. Das sind keine Pfeil. Das Geheule war ärgerlich. Gleich kommen noch mehr. Nach drei. Weiter doch. Das sind keine Pfeil. Sieht so aus, als hätten wir hier ordentlich aufgeräumt. Wie geht es dir? Hey, alles klar bei dir? Hey, Artyom. Du leistest ganz gute Arbeit. Vielleicht bist du ja doch mehr als nur ein Versuchskaninchen. Gut, nach links. Da führt ein Weg dran vorbei. Hier ist irgendwas am Rand des Kraters. Ein Baum versperrt mir die Sicht. Ich glaube, ich kann ihn sehen. Es war der Richtigmeter von hier auf zwei Uhr. Da ist er. Sieht klein aus. Aber es ist definitiv großartig ab. Na los! Verdammt, ist er schnell. Wie hat er das gemacht? Kreise ihn von links ein. Er ist noch da. Siehle. Warte, er müsste hier sein und sich beobachten. Ich sehe ihn. Ist ein kleiner Scheiße. Bring auf ihn, Artyom. Es führt kein Weg dran vorbei. Links. Er ist direkt über dir. Pass auf, komm! Dann wird er. Pass auf, komm! Ja! Ich sehe ihn! Ich sehe ihn. Da ist kein Weg dran. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020